Ja hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen aber feinen Info-Video und ich komme direkt auch auf den Punkt und zwar geht es darum, dass ich mein Let's Play von The Viking Conquest Multiplayer leider abbrechen muss, da da im Multiplayer leider nichts mehr los ist. Aber, da ich weiß, dass viele meiner Abonnenten Mount & Blade und vor allem diese Let's Play sehr gut fanden, würde ich gerne weiter ein Mount & Blade teilen im Multiplayer Let's Play. Die Frage ist nur erstens, ob ihr daran Interesse habt und zweitens Warband oder Befeier ins Wort. Schreibt es doch einfach mal am besten in die Kommentare, dass diese kleine Umfrage eine Woche laufen. Behalten mir allerdings auch vor, wenn das Ergebnis recht eindeutig sein sollte und zwar relativ früh zu erkennen sein sollte, auch schon ein paar Tage früher die Abstimmung über Ende zu erklären. Und ja, lasst einfach eure Meinung in den Kommentaren dann und dann sage ich mal Ciao!